Ich denke, noch von Reihen flinkt dann auch nicht so. Da wieder runter dann, ne? Mach mal die so. Gehen bleibt was. Ja, ne? Oh, das Wetter. Geil, du. Vielleicht mal einen Millimeter. Boah, die Scheiß. Da kann doch was sein. Oh, freu dich. Ich bin gut versichert. Du schwein mit ruhig. Hallo. Siehst du mal, die Achim-Methode für runterzukommen. Ach, Angst, Jonas. Ja. Ja, jetzt ist Verkehr hier. Ja, ich hätte eigentlich dieser Kisch. Ja, ich bin runter. Ich hätte mal Gas gegeben. Ja. Das ist die Sicherung-Methode. So jetzt, ne? Ja. Die Sissi-Methode. J-Turn und dann... Das ist viel schwieriger. Hoch brauche ich dann nicht mehr hoch mit der Platte. Ich brauche nur Gas, genau. Ja, auf geht's. Ach, da steht der Rotor auch noch. Ja. Das ist ein bisschen weh, ne? Ja, auch drauf. Ich wollte eigentlich nicht mehr hoch. Ja. Ja. Die Grünen sieht aber auch noch aus, ne? Ha? Sie sehen alle geil aus, ne? Ja. Irgendwie. Ja, trotzdem ist ja die, weißt du, trotzdem der geilste. Das glaub ich nicht. Doch. Glaub mir das mal. Ist das ein Weg? Passt. Ach, da ist schon noch einer da unten. Ja, so eine, wie du wieder achten. Dann hat da nichts raus. Also hoch bin ich gekommen, aber dann bleib ich da vorne hängen. Ja. Ja. Besser ist das. Ja, später, was musst du denn? Später wieder, passt doch. Alles gut. Aber ... Hey. Ach du mal prerechnerete! ... ... ... ... für Untertitelung des ZDF, 2020